Ich klinge wie Trauergrille, ja genau. Aber Tränke kenne ich auch irgendwo hier. Wir machen mal Wikinger, oder? Wobei, Odyssee spielen wir ja auch auf Schwer und da sterbe ich ja maximal 10x pro Session, also das geht schon. Für Spieler die eine harte aber faire Kampfherausforderung suchen. Ja machen wir mal schwer. Ich glaube schon das Problem auf läuft. Was? Okay. Schwierigkeitsschleichen die Aufmerksamkeit der Wachen wurde für ein weniger hera... Ja machen wir Assassine. Normale Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit der Wachen wurde realistischer. Hm. Ich spiele auf der Bessaker geht voll klar. Machen wir mal Meister Assassine, weil so schleichen können wir eigentlich relativ gut. Sagt er und wird die ganze Zeit entdeckt. Aber es glied schon. Kannst du jederzeit ändern. Ja genau. Still ihr Kinder der Götter. Hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand. Und es gab kein Meer. Keine Erde und keinen Himmel. Kein Gras und keinen Wind. Bis das Feuer auf Eis traf im Weiten Nichts. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ümir, das erste aller Wesen. Der stolze Ümir, grausam getötet. Doch aus seinem Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt in der ihr lebt und Kriege führt. Da bist du ja. Ähm. Ich wollte eigentlich die Frau. Oder ist das ja gerade neutral und ich kann es später. Ähh. 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 Noch einstellen. Ähh. Find bei Tregre nichts außer Valhalla. Oh ok. Okay. Warte 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 warte. Gut dann wollen wir mal raus gehen. ready. Auch da können wir uns auf Drehest. 2. 05. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 1. 2. Bist du ja, kleine Dringer. Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Ava. Hast du den Reif? Natürlich. Und nun, zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ich ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin? Etwas so. Du siehst ihm in die Augen und sagst, König Dürbjörn. Mögen unsere Clans ewig verbunden sein in Freundschaft und Liebe. Willst du das für mich tun? Ja. Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eimt. Ich bin so stolz auf dich, Ava. Oh, das ist süß. Komm hoch, Olaf. Bleib wach, mein Freund. Mein Schwert töstet nach Blut. Der reist für den Kampf. Wie schön, so viele herzliche Leute in unserem Heim zu haben. Oh Mann. Oh Mann. Ich tanze besser als ich in real life tanze. Aber das ist nicht schwer. König. Ich schlug ab die Köpfe der freundlosen Meerhunde. Ich schlug ab die Köpfe der freundlosen Meerhunde. König. Oh, du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich hab ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss zwei große Landschiffe werden sein. Gib es her. Ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Ist in Ordnung. Alka-Seda wirkt durch meinen Hammer. Anschalten. Okay. Ich spiele mit dem Ball. Warte. Wieso anschalten? Naja, egal. Ich kann mich gerade nicht umblicken. Und, hast du den Reif? Gut. Den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf dem Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Ja. Am Anfang dachte ich ja, dass die das Geschenk oder also den Goldreif klauen. Evo, warte. Skoll! Ost-Rückjahr! Im Pfarrergang König von Rückjahr-Pilki. Heute Nacht werden wir alle neu gewohnt. Skoll! Evo, komm. Herr! Mögen unsere Clans auf ewig verbunden sein. In Freundschaft und Liebe. Oh. Danke, Evo. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenroß mein Lied erklingt, weil Odins Weed uns Stärke bringt. Und der Erdmuth und der Erdmuth. Ein Krieger fällt bei Kyria. Ein Krieger fällt bei Kyria. Das Völlheide der Hälfte. Das Völlheide der Hälfte. Das Horde für die großen Wacht. Für die Jäsen und die Völlheide der Hälfte. 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 Macht euch verleicht, Männer. Wie schnell die Stimmung kippt, ne? Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Uktrasils gebrochen wurde. Nice. Eivor. Eivor. Los. Nein. Halt, nein. Reite. Los. Ha. 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 Halt, 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 Halt. Halt, 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 Halt. Siegurt. typing. Verinde, das Blutvergießen. Fahr nach Valhall. Feuer. Siegurt. Dorf. recommend. Ich warte hier. Ich hab dir einen Handel vorzuschlagen, Trellhure. Akzeptiere dein Schicksal und stirb als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone den Rest. Kämpf, Liebster! Hör nicht auf ihn! Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan. Du hast mein Wort. Nein! Nein, Varin! Nein, Varin! Nimm deine Axt! Nein! Tötet ihr alle! 多 eine Mühle! Nichts! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja Ubisoft muss ja Tiere töten ne? Das ist ein Wolf, den müssen wir dann auch töten. Scheiß Ubisoft. Ja, ich bin ein Wolf. Ja! Was ist das, verdammt? Ja, wirklich. Ich weiß nicht, wieso. Beheb das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment, okay. Was war das denn gerade? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Ähm. Willkommen bei Ubisoft, ja, ist wirklich so. Das ist halt wirklich so die, äh, die, keine Ahnung, die Standardgeschichte von denen so, ja, die Eltern sterben und alles, was uns jetzt antreibt, ist halt die Rache und so weiter. Ähm, lass den Animus entscheiden. Äh, nein, wir nehmen natürlich, äh, wie immer, den weiblichen. Okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchron sind. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmahl? 17 Winter? 18? Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Ach, die Axt deines Vaters, die Waffe eines Feiglings, einer verspotteten Schlange. Ach, nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest ihres Trucks. Lass sie leiden. Evo Wolfsmahl ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff! Eine Bewegung. Ich steche dir die Augen aus, kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also was habe ich dir gerade gesagt? Nice. Du wirst niemals. Niemals, Jesus. Kein Fest für dich, Sühnen. Meine Leute sind in Gefahr. Sei meine Augen. Mäh, mäh, mäh. Gut. Dann fängt es endlich an. Wir erst die Bewegen und Kamera. Das ist ja herz aller Liebsten. Okay. Finde und rette deine. Bis ab. Ich muss zu ihnen. So. Ach übrigens, warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe heute das perfekte T-Shirt an. Und zwar... Das war es halt so perfekt. Genau. Deswegen, falls jemand sich wundert, ich loote. Sehr viel. Es sei denn, erstes Stehlen. Dann loote ich nicht. So, alles mal kaputt machen. So, kann ich dann schleichen? Ah ja, Odins Sicht. Sühnen, leite mich. Okay, an sich. Es ist wieder Adler bei Odyssee. Da bin ich. Und da muss ich hin. Okay, gut. Okay, jetzt so ein Heizding. Das ist auch Dikebeam. Echteckiger Stein. Wo, wo verstehe ich das denn? Ich fühle mich besser. Stärker. Alter, das mit dem Schnee ist halt richtig cool. Das mit den Spuren im Schnee. Oh, sowas mag ich. Okay, man kann auch die Schnitzer rein. Man kann auch Bären und so weiter pflücken. Stöße? Nein, nein. Wieder runter? Sehr zielsicher ist hier nicht, ne? Ah, jetzt auch. So. Gut, dann mache ich mich mal auf zu meiner meiner Besatzung. Ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder Schnee gibt. So cool. Aber wahrscheinlich dieses Jahr nicht. Maximal nächstes Jahr. Okay. Respekt, dass sie da hochkommt. Mega Blick. Fokussieren. Okay. Da oben ist dann ein Aussichtspunkt. Oder was? Aussichtspunkt. Entschuldigung. Ja. Ach, cool. Ruckelt das gerade? Hey, jetzt geht's wieder. Ah, da hinten. Okay, alles klar. Habe ich ne Karte? Sehr schön. Oh, ja. Ja. Also für ein Anfangsgebiet ist das kein schlechtes Gebiet. Also kein kleines Gebiet. Okay, da. Reichtum. Ach, sind das die Schätze, oder? Dann gibt es hier noch was? Okay, alles klar. Boah. Und das? Das überlebt sie. Naja, okay. Das ist wahrscheinlich auch ein Feind, oder? Das sind ja nur Feinde. Das sind ja nur Feinde. Oder? Oder kann ich den gar nicht markieren? Oder kann ich die gar nicht mehr markieren? Oder kann ich die gar nicht mehr markieren? oder? Schwere Angriff? Warte, kann ich nicht pfeifen? Hey, was passiert denn da? ich pfeife hey was passiert denn da ok der will nicht kommen ich konnte gerade keinen attentat machen herzlich willkommen willkommen zurück ok lieblingsmoment gegen assistance creta ist wirklich so ja ganz ehrlich die ist ein bisschen leicht angezogen was siehst du also ich sehe ganz viel da hinten würde ich mal gerne hingehen da sind auch ziemlich ein paar reichtümer so hab total vergessen dass freitag ist ja ich dachte auch also diese woche war ziemlich schlimm für mich also ich dachte ehrlich gesagt dass es mittwoch ist aber zum klick ist heute dann ein paket gekommen das an das sie also das wo es hieß dass es eben am freitag kommt und dann woopsie naja auf 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 auf